Heute geht es mal wieder um den ESP8266. Ja, ich weiß, es ist inzwischen ja doch schon ein bisschen älter. Es gibt ja neuere Modelle aus der ESP32-Serie, aber hey, günstig und ich sehe keinen großen Vorteil von den neuen Chips, die in den meisten Fällen da relevant sein dürfen. Wenn wir vom ESP8266 reden, reden wir in den meisten Fällen von sowas hier. Das hier, das ist jetzt ein Development Board auf Basis von, ja, der hier heißt jetzt meistens NodeMCU. Es gibt noch ein anderes relativ bekanntes Board, das ist der WMOS. In Wahrheit sind das hier alles nur Nachbauten von dieser Bauform, aber sie haben alle eins gemeinsam, man kann sie relativ einfach und schnell benutzen. Das heißt, wenn ich das Ding irgendwie programmieren will, mache ich hier vorne meine USB dran, programmiere das Ding, kann später dann abziehen, habe eine Möglichkeit, das Ding entweder direkt mit 3,3 Volt zu versorgen oder über VIN mit, ich glaube, 12 Volt ist es offiziell, 9 oder 12. Naja, jedenfalls, ich klemme es an und das Ding läuft. Das hat einen wunderschönen Vorteil, nämlich es ist extrem einfach, hat aber auch ein Nachteil, es ist nämlich halt zum einen relativ groß und zum anderen relativ teuer. Zugegeben, wenn man die Dinger irgendwie aus China bestellt, ist es jetzt nicht ganz so teuer, aber im Vergleich mit nackten Sachen ist es dann schon was anderes. Wie machen die das? Naja, die haben auch hier auf dieser Platine alles Mögliche drauf, nämlich nicht nur den ESP8266, den eigentlichen IC, sondern auch alles, was dazugehört. Das heißt zum einen alles, was wir zum Betrieb brauchen, das heißt in dem Fall hier Quarz, Antenne und auch einen Speicherstein, wo wir die Software drin speichern können, die wir betreiben wollen. Im Falle von hier den Devboards haben wir aber noch mehr Zeug, nämlich wir haben einen Linearregler drauf, wir haben einen USB auf Seriellwandler drauf, wir haben eventuell hier in dem Fall noch ein Reset Circuit drauf. Das sind halt alles Sachen, wo dann die Frage ist, macht das Sinn? Denn zum Beispiel den USB-Seriellwandler, naja, wenn man das Ding per WLAN ausschließlich betreibt, dann braucht man den exakt einmal, nämlich zum Programmieren und danach liegt das Ding halt ungenutzt in der Ecke rum, ist aber bezahlt und braucht Platz. Selbiges gilt für den Reset Circuit und der Linearregler, naja, ist zwar praktisch, wenn ich da meine 12 Volt anklemmen kann und dann das Ding läuft, aber ja, in vielen Fällen ist halt doch ein Schaltregler eventuell doch effizienter, gerade wenn wir irgendwie vom Batteriebetrieb oder so sprechen, möchte man eventuell nicht den AMS 107, der hier drauf verbaut ist, da benutzen. Ja, ist also jetzt zwar eine schöne Sache, als eben das, wofür gebaut ist, Development Board für Entwicklung, aber wenn man doch so eigene Schaltungen machen will, vielleicht doch nicht ganz der richtige Weg. Ja, eigene Schaltungen heißt meistens ja auch eigene Platinen, also könnte man jetzt auf die Idee kommen, hey komm, ich kaufe mir den ESP8266 und mache das selber. Kann man tun, ich muss aber ein sehr großes Aber dran machen. Zum einen, man muss hier ja auch noch ein paar andere Sachen machen, wie zum Beispiel den Speicherchip, das ist jetzt kein so großes Problem, aber vor allen Dingen Antenne. Das ist halt RF und RF ist schwarze Magie, das heißt, da muss man schon aufpassen. Es kann sein, dass man es einfach einen fertigen Footprint holen kann, das drauf machen kann und dann geht das schon irgendwie, aber man sollte natürlich im Hinterkopf behalten, man baut hier gerade eine Funkanwendung. Wenn man da irgendetwas schief macht, ja zum einen funktioniert es nicht, zum anderen stört man andere. Und in Deutschland ist das halt schon eine sehr, 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 sehr graue Zone, wenn man selber Funkgeräte baut und nicht die nötigen Messungen macht oder über die nötigen Scheine verfügt. Wobei eher und als oder. Das heißt also, man möchte eventuell nicht einfach nur den Chip kaufen, sondern auf fertige Module setzen. Recht bekannt ist da zum Beispiel der ESP01. Das ist der hier, kleines Ding, hat irgendwie so sechs, äh, acht Pins und mit dem können wir uns da relativ einfach interfacen. Das heißt, wir haben hier unten unseren Pinheader, können den draufstecken auf unser Board und dann haben wir hier einen Mikrocontroller mit WLAN. Ist eine schöne Sache, aber durch die acht Pins relativ beschränkt. Zwei Pins ist Ground und VCC. Zwei Pins macht üblicherweise RS-232. Wir haben Reset, wir haben Enable. Also im Prinzip haben wir zwei, maximal vier GPIOs, die wir wirklich nutzen können. Manchmal reicht das, manchmal nicht. Wenn es nicht reicht, dann gehen wir eher auf sowas hier. Das sind die ESP12, heißen die meistens. Wir sehen, das ist so Briefmarkenformat. Ich habe hier noch einen losen. Das heißt, wir haben hier außenrum jede Menge von diesen Castleted Holes, heißt das. Das heißt also so, ja, im Prinzip Kontakte an der Seite. Und, ähm, ja, bisschen mehr als nur acht. Das heißt, hier haben wir ein paar GPIOs mehr. Im Prinzip kann man das dann holen, kann es auf seine Schaltung drauflöten und dann hat man da den ganzen Kram fertig. Und was interessant ist, ähm, diese Dinger sind meistens vorzugelassen. Hier sehen wir zum Beispiel, der hat jetzt ein FCC-Logo drauf. Kann doch mal schauen, was haben die anderen hier. Ne, die haben auch FCC. Äh, sie sind zumindest mal theoretisch sinnvoll gebaut und sollten kein Problem haben. Es gibt nur dummerweise einen Haken. Denn diese beiden hier, ja, die haben zwar theoretisch alles, was benötigt wird. Die haben den ESP8266, die haben den Speicher, die haben die Antenne und hier haben sie halt auch noch einen Schirm drüber. Aber denen fehlen trotzdem ein paar Sachen. Das heißt, wir können nicht einfach hingehen, das Programmieren und betreiben. Aber kommen wir erst mal zum Programmieren. Wie, äh, wie programmiert man das? Naja, das Ganze geht seriell. Hier haben wir einen Seriell-Wandler drauf. Wenn wir den nicht draufhaben, holen wir ihn separat. Gibt so kleine Adapter, USB-TTL-Wandler. Äh, die holt man einfach, hat hier hinten sein RX-TX, klemmt die an. Muss dann allerdings auch noch ein bisschen mit den GPIO-Pins hin und her ziehen. Ich blende euch das hier ein, was benötigt wird für diesen seriellen Download. Wenn man das macht, kann man das aber wie jeden anderen Chip programmieren. Wer jetzt keine Freiverdrahtung machen möchte, mit so Dupont-Kabel oder ähnliches für die hier, oder hier bei denen wird es natürlich ganz spaßig, der kann auf fertige Adapter setzen. Ich hatte hier schon mal gezeigt, zum Beispiel hier sowas für den Air 12er. Da sind Federn drauf, das heißt, man hält den einfach hier drauf. Ähm, ja, funktioniert im Prinzip, kann man so einmalig eine Firmware draufladen. Äh, ich habe mir auch sogar inzwischen noch ein größeres geholt, das ist das hier. Der kann einmal den ESP-01 hier, der kann einen ESP, jetzt geht er noch nicht mal raus, der kann den ESP-12 hier. Und, äh, vor allen Dingen hier sind die Federn auch mal vernünftig, das heißt, das Ding rastet auch einfach ein. Oder man kann sogar hier hinten den ESP-32, solche Briefmarken, da programmieren. Macht das Ganze einfacher. Und in beiden Fällen von diesen hier ist dann jeweils ein USB-Auf-U-Art-Wandler drauf und ein, ähm, Linearregler, der die 5 Volt, die wir per USB bekommen, dann auf die 3,3 Volt für den ESP-8266 wandelt. Diese Dinger sind dann halt sehr, sehr angenehm, weil man einfach einmal sagen kann, programmier mal, hat die Software drauf und dann kann man es ja abmachen und benutzen. Zumindest wäre das mein Wunsch. Leider ist das aber nicht der Fall, denn auch da müssen wir wieder aufpassen, welche Pins wir wie ziehen. Und, ja, das gucken wir uns jetzt mal an, wie wir das ein bisschen sinnvoll machen können. Also, was brauchen wir am Schluss, wenn wir diese hier betreiben wollen? Naja, das Erste, was wir benötigen, ist eine Stromversorgung. Wir brauchen 3,3 Volt, um das Ding zu betreiben. Das kann man entweder über einen Linearregler machen, wie es auf vielen Boards gemacht ist, so ein AMS 1117 zum Beispiel, aber natürlich auch ein Schaltregler geht genauso. Offizielle Aussage ist, dass die Stromquelle oder Spannungsquelle mindestens 700 mA aushalten muss. Das heißt also, man muss schon gucken, dass man jetzt nicht das kleinste Ding holt, aber so ein Standard-Schaltregler kann es meistens ein bisschen Kondensatoren dahinter machen. Und dann sollte das passen. Das Nächste, was wir machen müssen, das ist den Boot-Modus zu setzen. Dafür, da gibt es die GPIOs 0, 2 und gegebenenfalls 15. Und diese müssen beim Einschalten vom Mikrocontroller auf dem richtigen Level sein. Das heißt, man muss da entsprechend einen hochohmigen Widerstand holen und den gegen Ground oder gegen VCC, also die 3,3 Volt schalten. Am einfachsten ist der GPIO 15. Der muss nämlich eigentlich immer gegen Ground. Es gibt eine Möglichkeit, den gegen VCC zu setzen, dann würde das Ding von einer SD-Karte booten. Es gibt relativ wenig Boards, die einen SD-Karten-Slot haben, von daher low it is. Ähnlich einfach verhält es sich mit GPIO 2. Den will man gegen VCC ziehen. Da macht es eigentlich auch nirgendwo Sinn, den gegen was anderes zu ziehen. Muss halt einfach so sein. Bleibt da noch GPIO 0. Und da ist es wichtig, das zu unterscheiden. Im Normalfall möchte man den gegen VCC, also 3,3 Volt, ziehen. Damit sagen wir dem ESP, gute Bitte von deinem Speicher, den du hast. Wir haben ja diesen Speicherbaustein, wo wir die Firmware reinschreiben. Und mit GPIO 0 auf high sagen wir, okay, das Programm bitte starten. Es sei denn, wir wollen programmieren. Wenn wir programmieren wollen, dann müssen wir nämlich GPIO 0 auf low, also Ground ziehen. Das geht dann in Serial Programming Modus. Das heißt, dann erwartet das Ding über seriell neue Firmware. Auf vielen Boards ist dann entsprechend der GPIO 0 auch hier auf einen Button gelegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher. Ich glaube, der hier PROC müsste es sein. Und der sorgt dafür, dass wir standardmäßig den GPIO 0 auf high haben. Und sobald wir hier drücken, haben wir GPIO 0 auf low. Die Sache ist, dieses GPIO hin und her ziehen, das müssen wir in den meisten Fällen selber machen. Denn diese fertigen Module hier haben meistens keine Widerstände drauf, die an die richtige Stelle ziehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir sicher gehen wollen, dass das Ding sauber startet, extern diese Widerstände noch dran machen. Die reichen aber immer noch nicht. Denn was wir als nächstes haben, ist der Reset-Pin. Oder Not Reset ist es eher. Den müssen wir im Betrieb auf VCC halten. Das heißt also auf 3,3 Volt. Wenn wir den auf 0 Volt ziehen, also gegen Ground, würde der Chip sich zurücksetzen und von vorne starten. Auch hier gilt, wenn man sicher gehen möchte, dann möchte man da extern mit Widerständen arbeiten und das so machen. Viel gemacht, ne? Sind wir jetzt endlich fertig? Nein, sind wir immer noch nicht. Es gibt nämlich immer noch einen weiteren Pin. Nämlich CHPD oder Enable. Der Pin wird normalerweise benutzt, um, gute Frage, das Ding in den Schlafmodus zu schalten quasi. Auch hier gilt, das Ding muss auf 3,3 Volt sein, um normal zu laufen. Wenn wir das Ding auf 0 Volt ziehen, dann würde er entsprechend in den Low-Power-Modus gehen und würde das Programm einfach nicht ausführen. Das heißt also, wir müssen jetzt 3 GPIOs und 2 Steuer-Pins auf High oder Low ziehen. Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man sogar diese GPIO-Pins, diese Steuer-Pins, in einer gewissen Reihenfolge machen. Dann müssten wir hier nach der Tabelle arbeiten. Das heißt, wir müssten hingehen, müssten die Stromversorgung einschalten, müssten dann mindestens 0,1 Millisekunden warten, müssten dann den Reset auf High ziehen, müssten dann warten, bis das der Reset auf High ist, müssten dann Chip-Enable auf High ziehen. Es gibt sogar da irgendwie Timings und Werte für. High ist zum Beispiel alles über 0,75 Volt. Das kann man über geschicktes Spielen mit Widerständen und Kondensatoren auch hinbekommen, sollte man wahrscheinlich auch. In der Realität geht es meistens auch ohne. Müsst ihr dann für euch selber entscheiden, ob ihr da die zusätzlichen Bauteile für das Timing noch draufsetzt oder nicht. Fangen wir mal mit dem ESP-01 an, weil da ist die Minimalbeschaltung relativ überschaubar, überschaubar, zumindest wenn man ein paar Augen zudrückt und ein bisschen rumjolot. Warum jolot? Naja, wir wissen ja, wir müssen die beiden GPOs hier, GPO2 und GPO0, eigentlich an die richtige Stelle ziehen, nämlich auf High. Meistens geht es auch ohne. Das heißt, die kann man, wenn man möchte, auch ein bisschen weglassen. Was man leider nicht weglassen kann, das ist Reset und CAPD, denn ohne die geht das meistens nicht. Das sind die beiden hier unten. Aber direkt daneben ist VCC. Und wenn wir nicht separat Reset und so schalten wollen, was in der Schaltung am Ende meistens nicht der Fall ist, dann können wir einfach hingehen, können uns ein paar SMD-Widerstände holen und die hier dazwischen die Pins löten, sodass wir am Ende da wirklich eine Verbindung haben. Das ist nicht schön, aber es ist noch über den Werten und es macht nichts kaputt. Denn wenn wir dann in so ein Programmiergerät reinstecken, der hat eher so einen Widerstand von, keine Ahnung, 10 Kiloohm oder sowas, der kriegt das übersteuert, was wir hier drauf löten. Das passt schon. Wenn man ganz vornehm sein möchte, kann man auch noch hier Widerstände dazwischen löten und die GPO0 und 2 an die richtige Stelle ziehen. Dann wären wir an der komplett richtigen Stelle und können ganz sicher sein, dass der schon irgendwie bootet. Das hat zwar jetzt nicht diese Bootreihenfolge mit den Timings. Wie gesagt, das könnte man mit Kondensatoren machen. Werden wir uns gleich noch anschauen. Aber es ist zumindest mal minimal und reicht aus, um das Ding irgendwie zum Leben zu erwecken. Das heißt, ich suche mir mal hier mein Büschelchen mit den SMD-Widerständen und dann bauen wir uns da mal was. So, ich benutze hier O8O5 bei 100 Kiloohm. Wir gucken, einfach weil habe ich eine Rolle und 100 Kiloohm ist eigentlich ein bisschen hoch, aber ich möchte eine möglichst hohe Zahl haben, einen möglichst hohen Widerstand haben, einfach weil ich weiß, dass meine Programmiergeräte da noch gegenhalten können sollen. Und mit 100, selbst bei der Kombination, die ich jetzt hier habe, müsste das reichen. Ich werde jetzt hier den vollen Dings machen, das heißt, direkt alle vier Widerstände reinlöten. Das heißt also, sowohl Reset, Enable, als auch die beiden GPOs auf High ziehen. Pinout haben wir ja eben schon gesehen. Das heißt also, wir wollen die beiden in der Mitte jeweils plus den hier unten in der Ecke. Und ich werde hier einfach chainen, das heißt also wirklich überall dazwischen gehen. Es ist, wie gesagt, nicht ideal, weil normalerweise hätte man das eher gewollt, dass die alle gegen VCC gehen. Aber hier so spare ich mir halt eine Menge Verkabelungsaufwand. Und ja, leider hat es halt der Hersteller nicht vorgesehen. Das heißt, ja, entweder müsste ich sehr viel Arbeit rein investieren oder halt hier so ein paar Kompromisse eingehen, die in der Praxis hoffentlich noch gehen. So, wenn ich jetzt noch meine Pinzette finden würde, ginge das besser. Okay, ich denke, ich habe alles. Und Tipp an hier der Stelle, wenn ihr euren Lötkolben nicht ganz so heiß stellt, wenn es ein temperaturgeregelter ist, ist es deutlich einfacher, hier dazwischen irgendwas zu löten. Ich bin jetzt so bei 280 Grad um den Dreh. Und damit kriege ich dann hier durchaus es hin, die dazwischen zu setzen. Die äußeren sind meistens relativ einfach. Die mit den GPIOs nach innen, not so much. Okay, Verbindungen sind da. Ist wie gesagt eher hässlich, aber ausreichend. Das heißt, ich kann jetzt hier jederzeit 3,3 Volt drauf geben. Und dann sollte zumindest der hier funktionieren. Nicht schön, aber läuft. Bei den ESP-12 Modulen, da sieht das Ganze ähnlich aus. Aber alles ein bisschen komplizierter. Zum einen, naja, so ein ESP-12, der hat nicht ganz so ein tolles Footprint. Das passt halt auch nicht irgendwie auf eine Lochrasterplatine oder so ähnliches. Das heißt, da muss man schon mit speziell für dieses Modul gefertigten Platinen anrücken. Oder halt Freidrahtverdrahtung machen. Und ich denke, wir alle wissen, was kommt. Jupp, ich mache Freidraht. Der zweite Punkt, naja, das Ding hier hat ein paar mehr Pins. Wir haben nicht nur die vier, die wir eben hatten. Also Reset, Enable, GPO-0 und GPO-2, sondern hier auch GPO-15. Der kommt hinzu, also fünf Pins insgesamt. Die liegen dabei auch ein bisschen weiter auseinander. Das heißt also, man kann nicht einfach wie beim anderen dazwischen löten, sondern man muss hier tatsächlich auch ein bisschen Kabel benutzen. Kommt man nicht drum herum. GPO-15 ist relativ einfach. Der muss gegen Ground. 15 und Ground, die liegen direkt nebeneinander. Da habe ich entsprechend einfach den Widerstand drüber gelötet. Für GPO-2, 0, Enable und Reset jeweils einen Widerstand in die Mitte. Und dann in der Mitte ein Draht, der von VCC kommt und alle versorgt. Dadurch, dass wir jetzt hier von VCC versorgen, ist das auch ein bisschen sauberer. Und ja, sollte damit dann funktionieren. Zumindest in der Theorie, in der Praxis, ist das Ding nämlich nicht angegangen. Ja, ihr habt ein bisschen rumprobiert. Das Problem waren tatsächlich meine 100 Kiloohm-Widerstände. Das hat nicht gereicht, um den GPO-15... Die sind nämlich okay, um so Reset, Enable und so weiter gegen VCC zu ziehen. Einfach weil das VCC, ja, ist High-Level, relativ passend da liegt. Es hat aber nicht gereicht, um die 15 gegen Ground zu ziehen. Und deswegen ist er ständig in den SD-Boot-Modus gegangen. Ja, am Ende habe ich einfach noch einen, ich glaube, 30 Kiloohm-Widerstand da Huckepack gelötet. Gibt einen Abzug in der B-Note, aber naja, das hier ist das Ergebnis. Sieht gut aus. Offensichtlich funktioniert das Ganze. Ich habe jetzt hier eine kleine Firmware drauf, einfach um ein bisschen mit WLAN-PWM zu spielen. Und wie man sieht, es funktioniert. Ja, und was machen wir, wenn wir jetzt Reset und Enable doch im richtigen Timing haben wollen? Naja, aktuell sieht das Ganze ja so aus. Wir haben 10 Kiloohm hier oben als Eingang. In meinem Fall jetzt 100. Aber rechnen wir mal mit 10, weil das so ein üblicher Wert ist. Und wir haben im Chip etwa 500 Megaohm. Die Sache ist, naja, es ist nichts da, was irgendwie eine Verzögerung machen könnte. Das heißt, wenn wir den hier einschalten und hier unten auf unser Dings gucken, das ist quasi instant beide auf High. Das bringt uns nichts. Also müssen wir irgendwie verzögern. Und zwar müssen wir erst den Reset verzögern. Der sollte 0,1 Millisekunden nach VDD 3,3 da rauskommen. Und der Enable, der sollte dann nochmal 0,1 Millisekunden später kommen. Wie machen wir das? Naja, High ist alles, was mehr als 0,8 Volt üblicherweise Pi mal Daumen macht. Und Low alles, was drunter ist oder undefined. Der Trick ist jetzt, naja, wir setzen hier einfach einen Kondensator daneben. Was bringt uns der Kondensator? Naja, der Kondensator sorgt dafür, dass die Spannung nur langsam steigt. Denn, naja, der muss sich halt erstmal vollladen. Und durch den Widerstand hier oben ist das ja beschränkt. Wenn wir den hier mit 10 µ mal anmachen, dann sehen wir jetzt hier unten, dass die Spannung nur ganz langsam steigt. Ja, das ist ja in etwa das, was wir suchen. Wenn wir hier gucken, jetzt sind wir bei 1 Volt. Also hier sind wir schon auf jeden Fall durch. Wie viel war das jetzt? Machen wir das nochmal von Start. Ist dann einfacher. Und bis 0,8 Volt sind wir bei Etwa 800, Etwa 7,28 Millisekunden. Also deutlich zu schnell. Naja, das war jetzt aber auch mit 10 µF. Holen wir mal ein 100 Nanofarad, weil das ist so ungefähr das, was man normalerweise benutzt. So zum Entkoppeln oder Ähnlichem. Und wenn wir jetzt hier gucken, das war schnell. Gucken wir nochmal. Ne, 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 hier 0,8. Da sind wir bei, Überraschung, Etwa 200, 300 Mikrosekunden. Also 0,2 bis 0,3. Das würde also schon mal passen. Was machen wir bei Enable? Naja, wir holen uns einfach nochmal dieses Ding. Setzen wir noch den hier dran. Aber was wir machen müssen, wir müssen unseren Widerstand hier größer machen, dass das Ding schneller lädt, weil sonst würden die ja beide gleich schnell laden. Das heißt, entweder wir gehen hin und sagen hier 22 Kilo Ohm. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Lassen wir mal laufen. Zack, zack. Wenn wir jetzt hier gucken, hier haben wir den Ersten. Der Erste, der geht hoch um wieder 275. Und der Zweite erreicht das bei etwa 600 Mikrosekunden. Eine Alternative ist, man kann auch den Kondensator wechseln oder entsprechend mehrere machen. Das heißt also, wenn man eine Platine baut, zum Beispiel 2, 10 Kilo Ohm hintereinander oder 200 Nanofarad parallel, würde beides funktionieren. Denn die Sache ist, man möchte meistens eher gleiche Sachen haben. Das heißt also, jedes Bauteil möglichst immer weiter verwenden und keine neuen Bauteile dazu machen, weil die kosten teilweise mehr Geld. Und wenn wir hier schauen und jetzt sehen wir auch hier, 800 wird erreicht, wie eben auch. Und auch hier, das passt alles. Das heißt, wenn man diese Schaltung hier oder diese zusätzlichen Kondensatoren dann anbringen würde hinter dem Ding, dann hätte man auch das Timing richtig, wenn man eine Platine erstellt und genügend Platz hat, kann man das ja passend vorsehen. Wie gesagt, nach meiner Erfahrung, eher nicht notwendig. Hat bisher auch immer ohne funktioniert. Ja, und das sind dann unsere beiden, der ESP-01 und der ESP-12, beide einsatzfähig und auf jeden Fall in der Lage zu booten. Hier jetzt natürlich nur mit Freiverdrahtung, aber im Prinzip kann man die komplette Schaltung, die ich hier gebaut habe und die Widerstände auch so natürlich auf dem Board übernehmen, wenn man sowas bauen möchte. Und viel Auswahl hat man ja auch nicht, denn wenn man die GPUs und Steuerpins nicht an die richtige Stelle zieht, dann ist das eher nicht so zuverlässig. So oder so, ich hoffe, ihr habt gelernt, wie man auch außerhalb von Development Boards hier so einen ESP-8266 einsetzen kann und damit dann Schaltungen bauen kann, die gegebenenfalls ein bisschen kleiner oder günstiger sind. Ich habe jetzt hier meine kleinen, die mache ich für ein anderes Projekt fertig. Das sehen wir dann auf jeden Fall auch noch irgendwann. Und ich habe auch keine Bedenken, dass der dann auch sauber bootet und das tut, was er soll. Ja, ich habe jetzt neid, dass der dann auch nicht so dein Leben ist. Vielen Dank.